Jahrelang gab es den FED-Put, also praktisch den Rückenwind für die Märkte durch die US-Notenbank FED. Jetzt gibt es aufgrund der Inflation den FED-Call, also das Gegenteil davon. Denn wenn die Märkte zu stark steigen, dann würde das letztendlich wieder die Nachfrage stimulieren. Genau das will die FED nicht, also versucht sie die Nachfrage nach unten zu bringen. Also versucht sie faktisch eigentlich die Aktienmärkte insgesamt nach unten zu kriegen. Nicht crashartig, aber eben so Stück für Stück und jede Erholung, wie wir sie am Freitag gesehen haben, mit einem 3% Anstieg, typisch eigentlich für Bärenmärkte, ist letztendlich ein Kampf der Bullen gegen die vermeintlich übermächtige FED. Und das Ganze ist ein sehr, sehr schwieriger Kampf. Und wie der Markt derzeit tickt, das haben wir heute gerade mustergültig gesehen, in der Reaktion der Märkte auf bestimmte Ereignisse. Schauen wir uns zunächst mal die Dinge an. Man war optimistisch in den Tag gestartet. Freitag hat dieser massive Anstieg. Heute ging es auf Future Basis zunächst mal weiter nach oben. Die Dinge sind vielleicht doch nicht so schlecht, wie wir gedacht haben. So das Mantra, so das Motto. Dann aber kamen 14.30 Uhr Zahlen. Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter. Deutlich besser als erwartet. Hups, das hat die Leute überrascht. Und das waren schlechte Nachrichten, denn gute Nachrichten sind jetzt schlechte Nachrichten. Wenn also die Wirtschaft sich so stark erholt, dann deutet das auf eine anhaltende Inflation. So die Logik. Also hat sich die ganze Geschichte verschoben von, naja, das Wachstum schwächt sich ab, bis hin zu einer Rezession, wieder hin zu, oh Gott, wir kriegen die Inflation niemals runter, wenn das Wirtschaftswachstum sich nicht abschwächt. Aber die Märkte reagierten zunächst mal ein bisschen pikiert. Die Future ist wieder runtergegangen. Aber dann hat man sich gesagt, guckst du, die Daten sind doch aus dem Mai. Und wir wissen, dass die Wirtschaft in den USA, aus den Einkaufsmanager-Indizes, wissen wir, dass die Wirtschaft in den USA sich vor allem im Juni deutlich abgeschwächt hat. Und siehe da, dann kamen wenig später die Zahlen zum Dallas-Fat-Manufacturing-Index mit minus 17,7. Wirklich grottig, tief, tief in der Kontraktion. Wir sehen, dass wir zuletzt eigentlich so einen schwachen Wert jenseits des Corona-Crashes hatten, Anfang 2016 auf der einen Seite. Und im Chart unten sehen wir die Komponente Expectations. Also Hoffnung, könnte man sagen, ist fast auf dem Tief der Finanzkrise, fast auf dem Tief des Corona-Crash. Also im Juni scheint da wirklich was passiert zu sein in der US-Wirtschaft. Und das hat den Aktienmärkten gereicht, um zu sagen, naja, siehst du doch, da ist vielleicht doch eher diese Wirtschaftsabkühlung am Start, weswegen die Fed vielleicht doch die Zinsen nicht so stark anheben kann. Und so schaukelt sich das Ganze ein bisschen auf. Hier mal ein paar Aussagen der Dallas-Fat, wo man sagt, ja, wir sind schon ein Stück weit in einer Rezession oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß. Wir sind schon in einer Stagflation, weil die Nachfrage nach unseren Produkten da ist. Aber die Finanzierung ist viel schwieriger geworden, sodass viele sich das nicht mehr leisten können. Oder die Rezession, die sich schon abzeichnet. Wir haben jetzt praktisch durch die Inflation gestiegene Löhne als Unternehmen. Und früher oder später müssen wir dann Leute entlassen, weil wir uns diese Löhne nicht mehr leisten können. Oder es ist schwierig, Angestellte zu finden. Und wenn wir sie finden, fordern die aber so hohe Löhne, dass wir uns das kaum leisten können. Also das sind so die Probleme, die die Märkte derzeit haben. Und das ist vielleicht der wichtigste Chart, der derzeit zu beachten ist. Im November 2008 begann Quantitative Easing. Also die Fed hat massiv Liquidität ins System gepumpt durch den Kauf von Anleihen. Seit einiger Zeit ist klar, das Gegenteil wird passieren. Wir haben also jetzt keinen Fed-Put mehr, sondern einen Fed-Call. Die Fed wird weiter die Zinsen anheben und die Bilanzsumme reduzieren. Und das Problem ist ein Zeitproblem für die Märkte, denn die Inflation dürfte irgendwann runterkommen. Aber wann und wie oft wird die Fed bis zu diesem Zeitpunkt noch die Zinsen anheben? Das ist die große Frage, die sich hier stellt. Hier sehen wir mal etwa S&P, die Ratingagentur, die jetzt ihre Wachstumserwartungen nach unten genommen hat. Man geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit steigen wird. Man geht davon aus, dass die Zinsen Ende des Jahres bei drei bis drei Einviertelprozent liegen werden. Also es ist irgendwie eine schwierige Gemengelage. Und Rückenwind haben die Bullen natürlich durch diese bärische Stimmung. Schauen wir uns mal NNAII-Number. Jetzt muss ich das mal eiskalt wegklicken. Bums, schauen wir uns mal diese Nummer an, also diese Zahl an. Das ist die Positionierung der Vermögensverwalter. Die ist wirklich extrem, extrem gering. Das heißt, viele, viele internationale Investoren sind praktisch unterpositioniert, müssen dann eben mitlaufen, wenn etwas nach oben geht. Hier sehen wir mal, dass in der letzten Woche vor allem die Aktien gestiegen waren, die am stärksten geshortet waren. Hier die Aktien aus dem Russell 3000, da sind eben die meistgeshortetsten Aktien fast 12% gestiegen. Die am wenigsten geshorteten Aktien nicht mal 4%. Also wir haben schon einen wirklichen Short-Squeeze erlebt. Wir haben auf der anderen Seite eine Unterpositionierung. Wir haben auf der anderen Seite dann wiederum eine bärische Stimmung der Investoren. Also so kommt alles zusammen. Und jetzt ist man wieder ein bisschen optimistischer. Da sieht man, dass die Fettputz, äh nicht die Fettputz, die Putze abgebaut wurden. Und hier dieser Überhang an Putz also kaum mehr vorhanden ist. Man fährt also die Absicherungspositionen zurück. Vielleicht auch, weil jetzt eben die Saisonalität günstig wird. Wir haben jetzt wieder einsetzende Buybacks der Unternehmen. Das gibt Rückenwind. Wir haben jetzt eine saisonal eher günstige Phase, so bis Mitte Juli. Und dann passiert folgendes. Dann kommt nämlich die Berichtssaison. Und dann könnte die ganze Geschichte wieder schwieriger werden. Ja, da fragen zum Beispiel die Kunden das JP Morgan Desk. Ja, was sollen wir tun? Wenn jetzt die Märkte zu stark steigen, sagen wir mal über den Bereich von 4200, dann müssen wir einsteigen. Weil sonst sagen unsere Anleger, ja guckst du, der Markt ist wieder gestiegen. Wo wart ihr denn in professionelle Investoren, die Gelder von anderen einsammeln können. Sich eines nicht leisten, nicht dabei zu sein, wenn die Märkte stark steigen. Wenn sie den Crash mitmachen nach unten und investiert sind, dann können sie sagen, guckst du, ist doch allen anderen auch passiert. Aber wenn die Märkte steigen und sie sind nicht dabei, haben sie ein Riesenthema. Aber das Thema der Märkte ist und bleibt der Fed Call, wie ich das jetzt bezeichnen möchte mit Standard Chart. Die eben das gesagt haben, wenn die Märkte zu stark steigen, wenn die Financial Conditions sich zu stark wieder lockern, dann ist das der Fed nicht recht. Denn sie will die Nachfrage nach unten bringen. Je mehr Geld die Leute in der Tasche haben, weil etwa ihre Depots wieder anschwellen an Wert, umso mehr steigt wieder die Nachfrage, steigt damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Und das will die Fed nicht haben. Wir sehen hier zum Beispiel schon mal die Opfer dieser geänderten Fed-Politik mithin, also die Opfer des Fed Calls. Das sind vor allem die Zombie-Firmen, also die nicht mal ihre Zinskosten verdienen. Die haben durchschnittlich jetzt 35 Prozent verloren, während andere durchschnittliche Unternehmen, die das eben schaffen, ihre Zinskosten zu verdienen, deutlich weniger verloren haben. Und so sagt dann auch morgen Stanleys Mike Wilson, angesichts dieser Unterpositionierung, angesichts der bayerischen Stimmung und eben auch der Saisonalität. Also wir könnten jetzt so bis Mitte Juli durchaus nochmal Erholungen sehen, aber dann kommen eben die Earnings und dann kommen wahrscheinlich die Gewinnwarnungen. Dann wird gesagt, oh, die Aussichten haben sich deutlich eingetrübt von Seiten zahlreicher Unternehmen. Also das ist sozusagen das Problem, das die Bullen jetzt haben. Sie haben auf der einen Seite gute Argumente für sich, auf der anderen Seite allerdings einen mächtigen Gegner und eine problematische Perspektive eben mit diesen Earnings. Und don't get sucked in, sagt etwa hier ein Fondsmanager. Wir haben in der Regel, wenn ein Bärenmarkt der Fall ist, und das war ja bis am Freitag der Fall, dann dauern die ziemlich lange. Zwei, drei Jahre normalerweise, eben wenn zum Beispiel die Notenbanken umsteuern, wird aus Rückenwind gegen Wind. Normalerweise dauert das und bis die Inflation wirklich unten ist, sagen wir mal, unter 6 Prozent. Wer weiß, wie lange das dauert? Das kann Monate dauern. Da gibt es Faktoren, die eher für eine hohe Inflation sprechen. Etwa die späte Einberechnung dieser ganzen Wohnkosten durch die Fed. Zweitens dann eben etwa die hohen Tankstellenpreise für die Amerikaner. Auf der anderen Seite sehen wir starke Abkühlungstendenzen, etwa bei Gebrauchtwagen, bei Rohstoffen etc. Also das ist alles ein bisschen schwierig zu beurteilen. Die Inflation dürfte hoch bleiben, zumindest so hoch, dass die Fed noch weiter dagegen agieren muss. Vielleicht ändert sich das dann im September vor den Zwischenwahlen. Dann dürfte es nochmal interessant werden. Hier sehen wir zum Beispiel mal so praktische Beispiele, wenn sie als Amerikaner tanken. Und dann haben viele jetzt das Problem, dass die Tankstelle ja nicht weiß, wie viel wollen sie tanken. Und dann wird 175 Dollar von ihrer Kreditkarte erstmal geblockt. Jetzt gibt es aber manche, die vielleicht nur noch 100 Dollar irgendwie frei zur Verfügung haben. Und dann wird gesagt, du kriegst jetzt erstmal kein Benzin mehr, denn du hast keine 175 Dollar. Kaum fassbar, aber in den USA gibt es viele Leute, die so wirklich knapp am Rande segeln. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass Joe Biden und die Demokraten immer mehr Zustimmung verlieren. Über eine Million Voters haben jetzt sich registrieren lassen bei den Republikanern. Und dann davon viele, die gewechselt sind von den Demokraten, die also sagen, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und das hat weniger damit zu tun, dass sie sagen, ich bin jetzt rechter geworden, sondern dass sie sagen, also die Linken innerhalb der Demokraten, die finde ich sehr, sehr problematisch. Und kommen wir mal zu uns, dann sehen wir hier Stagflation und die hat in den 1970er Jahren, wie Jörg Krämer hier bemerkt, schon Mitte der 60er Jahre eigentlich begonnen durch massive Ausgaben der Staaten, etwa Vietnamkrieg in den USA, Great New Society und eine politisch dominierte Fed. Und genau ähnliches haben wir jetzt hier in Europa. Wir haben massive Ausgaben und eine politisch dominierte EZB, die alles andere tut, als sich um die Geldwertstabilität zu kümmern, sondern die macht eine sogenannte Spread Control. Also die ist irgendwie ganz anders unterwegs, genauso wie wir jetzt ein bisschen, könnte man sagen, erratisch unterwegs ist. Hier, Steven Stabczynski von Bloomberg weist nochmal darauf hin, dass es eigentlich kein Problem wäre, die Atomkraftwerke, die wir noch haben, nämlich drei Stück weiterlaufen zu lassen, um diese ganze Energiekrise ein bisschen vielleicht geringer werden zu lassen. Aber nein, es ist politisch nicht gewollt. Und wir erinnern uns nochmal an den Satz von Merkel 2006. Ich finde es immer absurd, eine sichere Technologie abzustellen, wenn sie CO2-frei ist oder wenig CO2-emittiert. Also da gab es dann ja Fukushima und Merkel hat diese 180-Grad-Drehung gemacht. Ich selbst habe als Jugendlicher damals in Wackersdorf gegen Atomkraftwerke demonstriert. Also ich kann dieses Gefühl verstehen. Auf der anderen Seite muss man aber jetzt eben auch aus der Erfahrung schlau werden und sehen, dass wir ein Riesenthema haben. Und so beschließen etwa die Holländer jetzt am Wochenende zwei neue Atomkraftwerke zu bauen, während wir sozusagen aus allem rausgehen, ohne wirklich Alternativen dazu zu haben. Und jetzt sagen manche, wie ich weiß, auf YouTube, du seid auch altertümlich. Naja, ich halte das für altertümlicher, wenn der Hintern kalt ist und das kann uns in diesem Winter passieren. Und so eben sehen wir dann auch, dass jetzt wir praktisch in einer wirklich prekären Situation sind, dass möglicherweise die Industrie abwandern muss dahin, wo noch Energie ist. Es gibt etwa internationale Konzerne, die dann in den USA produzieren oder vielleicht sogar in China und sicherlich nicht in Russland. Hier gibt es ja viele, die sagen, ja siehst du, die Russen haben die Rohstoffe, aber man muss ja mal fragen, was haben sie draus gemacht? Wir haben Länder etwa wie Norwegen und Saudi-Arabien, die aus ihren Rohstoffen wirklich Wohlstand geschaffen haben, zumindest für einen großen Teil der Bevölkerung. Und wir haben das Gegenteil, Beispiele Zimbabwe und Venezuela. Russland ist eher so ein bisschen Richtung Zimbabwe und Venezuela unterwegs, weil man sieht, dass das Land eigentlich auf so vielen Rohstoffen sitzt. Ja, nicht nur Öl und Gas, sondern Nickel und was weiß ich. Jedenfalls ist dafür das BIP sehr, sehr klein, der Wohlstand in der Bevölkerung sehr, sehr klein. Also da läuft vieles Richtung Zimbabwe und Venezuela und weniger Richtung Norwegen, wenn man ehrlich ist. Aber wir haben ja jetzt beschlossen, hier sehen wir das nochmal, wollte ich eigentlich vorher schon displayt haben, diese Grafik, dass eben jetzt Bloomberg, ein Artikel, deutsche Wirtschaft sozusagen, wirklich auf der Kippe. Das ist jetzt eine ganz gefährliche Situation und manche gehen da sehr blauäugig rein, habe ich das Gefühl. Jedenfalls wurde jetzt beschlossen, hier eine Art Goldimportverbot gegen Russland und das könnte doch durchaus ein Thema werden. Denn als wir die Corona-Panik hatten, wie Hannes Zipfel hier bemerkte, da war es so, dass Russland in den Westen Gold geliefert hat, damit die Metallmärkte in London und New York nicht praktisch ausgetrocknet waren. Also praktisch zu wenig physisches Gold hatten und eines darf man ja nicht vergessen. Es gibt zum Beispiel sehr viel mehr Papiergold als echtes Gold. Also man hat praktisch Derivate aufgelegt auf Gold, sodass es in der Summe viel mehr Ansprüche gibt an physische Bestände als derzeit erfüllbar sind. Und wenn man jetzt den drittgrößten Goldproduzenten mal eben vom Markt ausschließen will, dann kann das durchaus echte Probleme nach sich ziehen. Nur mal so ein kleiner Gedanke. Und darüber hat ein Kollege einen Artikel geschrieben, warum das Importverbot für Gold aus Russland eine Luftnummer sein wird. Und das wird es leider. Mal wieder so eine Sanktion, die ziemlich ins Leere läuft, die sehr viel Symbolhaftigkeit hat, aber wenig praktische Wirkung wohl haben wird. Also zumindest negativ praktische Wirkung für die Russen. Und dann ein Artikel von mir über Daniel Stelter und seine klugen Aussagen über die Lage in Deutschland in Sachen Energiesicherheit, in Sachen Energiekrise. Diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie alle Artikel, die Sie von Finanzmarktwelt jemals gelesen haben. Ich sage Servus und Ciao.